Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hatte alles organisiert. Ich hatte den Strohmann gefunden, hab ihm sogar die Steigbügel gehalten. Hab ihm die richtige Richtung gewiesen. Ich kann mich doch nicht dermaßen in ihm täuschen. Ist es offensichtlich, dass Sie die Vergangenheit verkörpern. Und ich die Zukunft. Ich werde die Masse entreißen, beim Ende bist du einsam und allein. Ich bin ein Krokodil. Bereit zuzubeißen, zu töten, zu verschlingen. Vernichte sein Wichtigstes. Mach seine Leute fertig, seine Familie. Ich bin dran. Ich will kein Fernsehduell mit ihm. Du gehst zu diesem Duell und du machst Barres fertig, denn der Typ ist ein Idiot. Okay? Das ist verrat. Gegen mich und die Stadt Marseille. Sie vielleicht, Marseille nicht.